Die operante Konditionierung, auch Lernen am Erfolg genannt, basiert auf der Annahme, dass wir ein bestimmtes Verhalten durch das Hinzufügen einer Konsequenz verstärken oder verringern können. Wenn ein Hund zum Beispiel einen Haufen auf den Teppich macht, können wir das Verhalten entweder verstärken, sodass der Hund es wieder tut, oder wir bestrafen ihn, sodass er es nicht mehr tut. Sowohl die Verstärkung als auch die Bestrafung können entweder positiv oder negativ sein. Das bedeutet, dass wir vier Möglichkeiten haben, das Verhalten des Hundes zu formen. Zeichnen wir die vier Möglichkeiten in eine Tabelle. Wenn die Verstärkung positiv ist, fügen wir etwas Angenehmes hinzu. Vielleicht einen Hundekeks, um die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens zu erhöhen. Wenn die Verstärkung negativ ist, wollen wir immer noch das gewünschte Verhalten verstärken. Allerdings diesmal, indem wir etwas Unangenehmes entfernen, wie zum Beispiel die Leine. Wenn hingegen die Bestrafung positiv ist, fügen wir eine unangenehme Konsequenz hinzu, um das Verhalten zu unterbinden. Bei einer negativen Bestrafung, wir wollen das Verhalten ebenfalls verringern, entfernen wir etwas Angenehmes, wie zum Beispiel den gemütlichen Teppich. Wenn wir mit den Manipulationen aufhören, wird das konditionierte Verhalten irgendwann wieder verschwinden. Dies wird Extinktion genannt. Die operante Konditionierung wurde zuerst von Edward L. Thorndike erforscht. Die Arbeit von B.F. Skinner machte sie später berühmt. Skinner glaubte, dass Organismen das tun, was sie von Natur aus tun, bis sie zufällig auf einen Reiz stoßen. Dieser ruft eine Konditionierung hervor, die zu einer Veränderung des Verhaltens führt. Um dies zu testen, setzte er eine Ratte in eine Kammer zur operanten Konditionierung, die später als Skinner-Box bekannt wurde. In der Box befand sich unter anderem ein Hebel, der Futter freigab, wenn er betätigt wurde. Konditionierung geschieht in einer dreifachen Kontingenz, die heute als das ABC des Verhaltens bekannt ist. A steht für Antecedent, also für Vorbedingung. Die Ratte betätigt den Hebel zufällig, der die Freisetzung von Futter auslöst. B steht für Behavior, also Verhalten, und bezieht sich auf die Reaktion. Die Ratte drückt weiter auf den Hebel. C steht für Konsequenz. Das Futter kommt weiterhin heraus. Die Stärke der Wirkung der Konditionierung hängt von dem Schema der Verstärkung ab. Wenn die Ratte jedes Mal nach dem Drücken Futter bekommt, verhält sie sich vorhersehbar. Wenn sie nach dem Zufallsprinzip Futter bekommt, verhält sich die Ratte unkontrolliert wie ein Süchtiger. Skinner wurde 1904 geboren, war Professor für Psychologie und war ein Anhänger der Verhaltensforschung. Er vertrat die Ansicht, dass man nur sichtbares Verhalten studieren kann und dass alles, was nur im Kopf passiert, entweder ein Trugschluss ist oder für die Wissenschaft keine Rolle spielt. Er glaubte, dass der freie Wille eine Illusion sei, weil das Verhalten entweder zufällig oder eine Reaktion auf die Umwelt ist. Seine Arbeit wurde zur Grundlage der Verhaltenstherapie, des militärischen Drills und des Tiertrainings. Du kannst diese Übung mit deiner Klasse zum Thema positiver Verstärkung ausprobieren. Eine Person muss den Raum verlassen. Entscheidet euch nun für eine Aufgabe, die diese Person erledigen soll, zum Beispiel ein bestimmtes Buch finden. Wählt dann eine nonverbale Art, diese Aufgabe zu verstärken, wie zum Beispiel in die Hände klatschen. Holt nun die Person zurück in den Raum und sie soll versuchen, die Aufgabe zu erledigen. Gebt aber keine Anweisungen. Jedes Mal, wenn sie auf dem richtigen Weg ist, die Aufgabe zu erledigen, klatscht ihr etwas lauter in die Hände. Wenn sie sich von der Aufgabe entfernt, reduziert euren Applaus oder hört ganz auf. Ähnlich wie bei dem Heiß- und Kalt-Suchspiel. Wenn die Person die Aufgabe verstanden hat, lasst sie die Aufgabe erklären. Hat sie es richtig gemacht? Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com slash sprouts